Untertitelung des ZDF, 2020 Das geht irgendwann noch in die Türkewege, wenn sie mal geschickt wird. Mami, ein Beißen. Was machst du? Ein Beißen. Das ist ein Beißen. Nein, der hat nicht gewissen. Alex hat so viel Winsen mit der Hände. Oh, oh, oh. Jetzt machen wir Ohren. Jetzt sind wir alle mit Leibaden. Lisa, wie wär's denn mit euch geschickt? Wir gehen gleich weiter. Guck mal, der schiebt den hoch. Oh, guck mal. Guck mal, der schiebt den hoch. Guck mal, der schiebt den hoch. Guck mal, der schiebt den hoch. Das würde ich mit der Hama machen. Ich hab dich noch realisieren. Guck mal. Guck mal. Wie kommt der letzte noch? Super, guck mal. Wie kommt der letzte noch? Du hast nicht alles voller Matte. Alles voller Matte. Achtung, was der Kleine jetzt macht. Aber das ist der Vater da, das ist der Großer. Was machen wir da? Im Spiel. Ja, gucken wir mal. Oh, der Einer ist jetzt am Brunnen. Du siehst das rein. Und das ist Sebastian. Das ist der Schatz. Der Himmsträger. Guck mal, hier ist auch ein Erdnach. Und das Andern da. Jetzt guck du und das schiebt ihn wieder hoch. Das ist der Schatz. Das ist der Schatz. Das ist der Schatz. Das Schatz geht nicht. Der Schatz legt sich jetzt voll in den Matsch. Der Schatz legt sich jetzt voll in den Matsch. Das ist der Schatz. Ja, ich sehe es. Das ist eine gute Mischung. Oh, guck mal, es ist sehr schmutzig jetzt. Schau mal. Es ist sehr schmutzig jetzt. Schau gerade am Himm Roberto. Ein, ein, ein Papter. Ja. Guck mal, wie sich das hier da hinken. Oder hat Ihr geschenkt die Lindarufe? Ach nicht. Auf geht's. Schmutzig. Jetzt gehen sie wieder hier rein. Ja, ist doch cool. Die müssen sich gerade mal ein bisschen ausdehnen. Aber ich glaube, ich kriege sie wieder. Die Uhr schüttelt mich schwer. Komm mal. Jetzt legt er sich halt in Matsch. Komm mal her. Lässt dann nicht mehr durch. Der eine schützt den anderen noch. Das ist wahrscheinlich, wenn er einen Wecker hat. Ich hole dich gleich wieder vor. Das ist jetzt nicht so gut. Was machen Sie? Wir spielen miteinander. Toll in den Matsch gedrückt. Oh, ach, boin. Oh, ach, boin. Da haben wir in den Matsch rein. Ich krieg den in den Matsch. Da hängt da oben in der Ecke, mein Liefer. Ach, man versucht da wieder da abzuhauen. Das ist aber alles hart da drin. Ich fühle mich wohl da drin in den Matsch. Da geht die da rein, der Kleine. Pass auf. Achtung. Oh, das kommt wieder dabei. Ja. Der will wieder rein in den Matsch. Da. Das stimmt. Er überlegt, was er macht. Hopp, was geht. Das geht wieder rein. Ha. Ja.